so ich zeige euch einfach nur mal ein Käppi was ich in dem Paket drin hatte was sehr Totenkopf lastig war was für mich natürlich perfekt ist ich liebe Totenköpfe über alles das ist wirklich von der Qualität her richtig okay kann man nicht sagen bisschen vergelbt oder so aber es lag wahrscheinlich schon länger im Lager steht jetzt kein Hersteller drauf ich denke einfach mal dass es Rock Daddy sein wird das Paket war jetzt der Rock Daddy lastig schönes Käpp schöner Druck das war es auch schon ich werde euch das Teil verlinken schaut auch auf jeden Fall mal in den Shop rein Geek Invader auf Amazon oder MIG Fun Shopping im Netz der ist mega geil bis denn dann ciao 2 2 3 5 5 6 6 6 8 8